Bei uns im Studio ist BILD-Live-Chef Klaus Strunz. Herr Klaus, gelten wir bald alle wieder als ungeimpft? Ja, man hört es ja richtig rantrapsen. Und das macht mich wirklich ärgerlich, weil es folgt dem gleichen Muster wie praktisch alles in dieser Corona-Pandemie-Zeit, was unsere Regierung verzapft hat. Also, wir wollen es nochmal ganz kurz einsortieren. Es hieß, wenn man zweifach geimpft ist, hat man ein Jahr lang den Impfschutz und ist ein Jahr lang sicher. Dann kamen die ersten Untersuchungen und die ersten Experten und die ersten Stimmen, die sagen, ah, das hält gar nicht ein Jahr. Dann höre ich Michael Söder sagen vor einigen Wochen schon, man muss vielleicht von neun Monaten ausgehen. Da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, oh wow, dann bin ich also nach neun Monaten ungeimpft und kann nicht mehr am Leben teilnehmen. Jetzt sind wir schon beim Stand, dass die sechs Monate zu lang sind und man eigentlich nach fünf Monaten sich auffrischen lassen muss. Das bedeutet zum Beispiel für mich persönlich, übermorgen läuft es ab. Dann sind fünf Monate um und nach den neuesten Bekundungen muss ich mich dann eigentlich boostern lassen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Das ist bisher so eine Empfehlung. Alles in dieser verdammten Corona-Pandemie-Zeit begann immer mit einer Empfehlung und noch einer Empfehlung und mit einem Leugnen, dass es so kommt. Und dann wurde wieder empfohlen und dann hat es der erste Ministerpräsident gesagt. Also die Eskalationsstufe war genau wie jetzt. Und ich sage voraus, dass wir am Vorabend stehen einer neuen Verordnung, eines neuen Gesetzes, dass man nach fünf Monaten als ungeimpft gilt. Und dann bricht in diesem Land das Chaos aus und die Wut und zwar zu Recht. Denn das ist dann was? Es ist sozusagen der indirekte Lockdown. Wenn ich nämlich, obwohl ich zweimal geimpft bin, nach fünf Monaten oder nach sechs Monaten als ungeimpft gelte, dann bedeutet das ja, ich kann an einem 2G leben. Das offenbar unser Leben wird in Deutschland nicht mehr teilnehmen. Kein Restaurant, kein Kino, kein nichts. Und das ist das, wovor ich wirklich warne. Deshalb sage ich heute, stoppt diesen Booster, stoppt dieses Booster-Chaos. Sagt uns endlich die Wahrheit, was ihr vorhabt. Heute ist ein wichtiger Tag dafür. Heute ist der Tag der Wahrheit, der vielleicht wichtigste Tag in dieser ganzen Pandemie. Sagt heute, wie ihr es mit dem Boostern halten wollt. Letzte Bemerkung. Und dann lernt aus euren Erfahrungen in der Vergangenheit. Was mich am meisten aufregt und ich glaube, da bin ich gar nicht ganz allein, ist, der Staat hat sich ja positioniert als eine Umerziehungsanstalt. Also lass dich impfen, du böser Ungeimpfter. Bleib zu Hause. Führ deinen Hund nach 22 Uhr nicht aus. Das schreiben wir dir alles vor. Wir erziehen dich um. Der Staat ist aber keine Umerziehungsanstalt. Der Staat ist ein Logistikunternehmen. Und deshalb stellt endlich diese Booster-Impfungen für alle, überall, an jeder Ecke bereit. Ich will mich jetzt, nochmal, in drei Tagen läuft es ab, sind fünf Monate um. Bisher dachte ich, es ist der 22. Dezember. Übrigens auch schon schlecht. Soll ich jetzt einen Urlaub planen? Und bin dann irgendwo in Österreich oder der Schweiz, da ist dann plötzlich 2G und ich gelte als ungeimpft, obwohl ich doppelt geimpft bin. Das ist doch alles völlig verrückt. Und es gibt eine Personengruppe, die Klarheit schaffen kann. Und die tritt heute zusammen bei der MPK und die muss es heute tun, sonst ist das nächste Versagen schon wieder auf dem Tisch. Lass mich mal was ganz Pragmatisches fragen. Wir haben ja alle diese App auf dem Handy. Das heißt, ich kann die eines Tages mal aufmachen und plötzlich steht da nicht mehr vollständiger Impfschutz. Könnte das tatsächlich passieren? Ich glaube nicht, dass es über den Impfschutz geht, sondern das ist ja quasi dein Ticket zu deiner Freiheit. Das Ticket zur Freiheit. Aber das habe ich ja jetzt. Ja, und es wird dann aber gescannt und gilt nicht mehr. Leider schon über fünf Monate her. Und dann überlegt er das mal, was das bedeutet für die Gastwirte, die darauf gebaut haben, die sich diesen merkwürdigen 2G-Regeln unterworfen haben, statt auch auf Tests zu setzen. Und das ist ja das, was man sich klar machen muss. Ich sage es jetzt auch mal in aller Deutlichkeit. Na klar, soll man sich impfen lassen, weil es einen selber sicherer macht und es solidarisch ist. Aber wenn ich heute eine Einladung machen würde mit Gästen, dann wäre für mich, was der wichtigste Beweis, dass jemand gesund ist, der Test von heute Vormittag oder heute Mittag. Denn wir wissen ja jetzt, dass auch die Doppeltgeimpften das Virus in sich tragen können und andere anstecken können. Das heißt, warum setzen wir nicht wieder auf eine komplett totale Teststrategie und gängeln die Leute damit, dass sie sie bezahlen müssen? Und warum dauert das alles so lang? Denn wir wissen es doch schon seit Sommer. Im Sommer habe ich das schon Rantrapsen hören. Wir haben hier immer wieder gemahnt und die Politik, ja, war im Wahlkampf und wollte die Leute nicht verstören. Und jetzt haben wir den Salat und das ist ein ganz bitterer in der Vorweihnachtszeit.